Ja, nochmal, ich lese mein Interview von unseren Spielern und natürlich die selber sagen, wir haben diese Mannschaft schon geschlagen, warum sollen wir nicht weiter so gehen. Also nochmal, im Fußball gibt es alles und es gibt Wunder, es gibt genauso Unmögliche, aber genauso, dass es schon ist, wenn mit dir auch so passiert. Und wir hoffen, dass Unwarn, das können wir auch wieder langsam installiert und vielleicht ein Wunder, dass wir echt bei solchen großen Kulissen da ein sehr gutes Spiel machen und dann zum Schluss gewinnen wir. Mut, dass wir diese Mannschaft schon geschlagen, nehmen wir auch das vielleicht ein Teil dazu, nur nicht nur wir diese Mannschaft geschlagen, sondern es gibt auch Vereine, wo vielleicht zweimal diese Mannschaft geschlagen. Und trotzdem, Dortmund ist Dortmund und er ist echt unsere spitze Mannschaft in Deutschland und die einzigen Spieler, das ist Wahnsinn, die können schon und die haben schon beweisen, wie wir das gut können, die Fußball spielen. Und deswegen für uns wird es noch interessanter, noch besser, wenn wir diese Mannschaft können, wir zwingen und für uns entschieden, dieses Spiel.